Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Weiter geht's mit TamTam auf der Raumstation. Und tatsächlich werden wir das letzte Level hier alleine spielen. Normalerweise wäre jetzt wieder Zeit, dass ich mit Danny weiterspiele. Allerdings geht das aus zeitlichen Gründen nicht und ich würde jetzt lieber aufnehmen sofort und die nächsten Folgen alle alleine aufnehmen, statt dass ich jetzt eine Woche oder so warte, bis ich wieder mit Danny zocken kann. Deshalb entschuldigt, dass Danny nicht dabei ist, aber ja, mal gucken, dass ich ihn dann irgendwann mal eine Doppelfolge rein tue. Da mal nachschauen. Das war ich jetzt noch nicht. Vielleicht in Folge 30 oder so. Mal schauen. Mal auf jeden Fall erstmal dieses Level. Und das sieht sich für sehr interessant aus. Die Dinger erinnert mich einen kleinen, finde ich, an die aus Super Mario Sunshine. Aber die waren ganz anders, glaube ich. Das ist anscheinend. Wow. Äh. 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 Hi. Die Meteorien ist aufgestürzt auf die Raumstation. Oh Gott. Äh. Äh. Ja komm. Ja komm. Äh. 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 Okay, da sterbe ich einfach. Cool. Dürfte ich bitte an alle Sachen rankommen. Dankeschön. Guck euch wie ein Scheiger dein Hintergrund an. Der ist doch voll cool. Oh äh. Hi. Hä? Wow. Aaaaaaah. Was passiert dir? Äh. Ich habe Angst, dass man bestimmte Sachen nur bekommen kann, wenn da so die Jugend ist. Guck euch den Planeten dein Hintergrund an. Cool. So, wir werden auch nach dem Level sofort anfangen mit den Rückwärtsleveln und die Quests anfangen. Vielleicht sogar abschließen. Also ich hatte zumindest vorne, dass ich sie abschließe. So, da kann ich das aber gerade nicht lange. Ich muss nochmal zurücklatschen und mir ein paar Eier schnappen. Denn ich habe keine mehr. Wo gab es denn welche? Oder ich nehme aber dich. Komm her. Komm her. Zack. Okay, aber es wirkt auf mich random, wann die kommen, die Dinger. Da ist es, denke ich mal, nicht so schlimm oder so. Ach, die, tut mir weh. Aber ich kann dich beruhigen. Glaube ich. Ja, ich glaube schon. Na komm, hieb mal hoch hier. Dankeschön. So. Mal mal, zack. Also eigentlich würden die auf mich sehr freuen. Ich dachte erst mal, wir dringen irgendwie ein und diese werden dann böse. Hey, was wollte ich hier? Oh, das ist ja cool. War das vorher auch schon so? Das ist ja richtig cool. Oh. Oh. Okay, dann werden die böse. Weil die denken... Ja, weiß nicht, was die denken. Auf jeden Fall. Nichts Entspanntes. Kann ich damit irgendwas machen? Ich dachte, das kann ich vielleicht runterrollen oder so. Aber nein, vielleicht kriege ich da runter? Nein. Ah, doch. Doch. Ah, das Nebel für ihn. Ach so. Okay, das ist cool. Das ist interessant. Das mag ich. Dankeschön. Oh, warte. Muss mich beeilen. Hier durch. Verdammt, wie komme ich hier lang? Gut, ach. Du dürft die Spieße bitte wissen, wie das geht. Hm. Vielleicht ist das ein Spiegel? Nein. Das ist doch ein Spiegel. Mach mal hier auf und dann kann ich von hier nach links, oder? So. Ah. Ah, ich glaube, das geht so. Okay, da rastet es dann wieder aus. Warum kommen wir hier nach rechts? Weil es hier was gibt. Herzen. Ja, okay. Dann haben wir zumindest alle Herzen. Das ist doch schon mal was. Okay, kommen wir nicht weiter. Das bedeutet, wir müssen hier wieder lang. Okay. Dankeschön. Eigentlich voll nett so. Okay. Das Konzept des Levels ist auch nicht schlecht. Oder was meint ihr? So, wie soll ich mal hier alles ein? Oh, noch einer. Verdammt. Dann rasten die wieder raus. Beeilung, Beeilung. Ah. Okay, wir haben, glaube ich, ich hoffe mal nichts verpasst. Sicher bin ich mir natürlich nicht, aber... Warum sollte ich mir nicht sicher sein? So, spuck mir mal hier ein paar Eier aus. Dankeschön. Dann schieße ich dich mal ab. Du gibst mir Red Coins. Yes. Nice. Nicht so viele, aber immerhin. Und dann kommt noch schon der nächste Meteorik, glaube ich. Ja. Hier gab es noch mal im Herzen. Und da ist ein Geschenk. Verdammt, die verdecken das. Das ist gut gemacht, dass sie das verdecken. Aber... Wir treffen uns trotzdem. Ach, verdammt, mein Kostüm. Nein. Genau hier vor. Oh, nö. Oh, nö. Wisst ihr was? Was heißt? Wenn ich jetzt getroffen werde, dann darf ich das ganze Level nochmal neu machen. Wegen den Herzen. Ach, verdammte Kacke. Kein Bock, was soll der Rotz? Du, nu, nu, nu. Oh, oh. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Hallo. Die wollen mir bestimmt wehtun. Okay, was ist das jetzt hier? Okay, das war sehr easy. Ja, das war sehr, sehr easy. Oh, danke schön. Ich muss nicht mal auf der Plattform stehen. Lol. Oh, ich, danke schön. Ähm. Der nächste Meteorit kommt jetzt. Das ist auch verdammt, ich muss nach oben. Ich muss, glaube ich, nach oben. Hier hoch. Ah. Ja, ja, ist richtig. Halt in oben. Raumschiff. Ah, verdammt. Verdammt. Wenn ich das später suchen muss, ne, dann wird das bestimmt ärgerlich, wenn ich da welche nicht bekomme. Lol. Wofür bist du hier? Einfach so. Okay. Hey. Hey, 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 hey. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Entspannende. Ich glaube, es geht links, weil warum vibriert mein von Schworla so sehr? In dem Meteorit im Hintergrund, oder was? Ah, das war ein Rote. Nein, das meinte ich. Genau das meinte ich. Ach, verdammt. Nur weil mein Kostüm so schlecht ist. Wo war's denn? Kann ich's noch bekommen, oder? Oder nicht? Was? Hallo? Hallo? Oh. Wow. Okay, die Blumen haben wir. Die Red Coins haben wir nicht. Die Herzen leider auch nicht mehr. Schade, schade. Hätte ich fast geschafft. Nein, nicht. Ja, nicht. Der war. Ah. Ich weiß nicht, wo mir drei Red Coins fehlen. Das kommt mir nicht in den Kopf. Vielleicht kommen sie noch. Ausschlagen würde ich es nicht. Es ist ja noch möglich, dass sie kommen, aber. Jetzt sollen sie hier noch kommen? Wo? Wo sollen hier noch drei rote Münzen sein? Da vielleicht? Auf dem da? Nö. Auf dem da? Nein, das war wirklich. Wirklich. Krass. Und jetzt nicht zufällig noch irgendwas für mich? Nein. Schade. Gut. Äh, das Level war ganz okay. War ganz cool, ja. Hm. Ja, doch. Doch, das Level hat mir eigentlich gefallen. Das ist halt nur blöd, dass ich das Level nochmal neu machen darf, weil mir die Herzen fehlen. Aber ansonsten habe ich alles und deshalb würde ich sagen, werde ich kurz schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir dann die drei Level hier rückwärts machen. Achso, warte, bevor wir das machen. Dann gibt es erstmal neue Kostüme. Dann gibt es in der nächsten Folge neue Welt. Juhu. Yoshi. Bababababal. Gib mir allen Zeugs. Ich will alle Kostüme. Deshalb gibt sie jetzt sofort her und ich habe Angst, dass mich später das Geld ausgeht. Denn wir wollen hier ja über 100%. Was kriegen wir? Ein Raumschiff. Eine Raketenspitze. Eine lila Sternschnuppe. Ein Malset. Okay. Eine Magnetschachtel. Eine Minzsternschnuppe. Ein Sybo, so heißen die Leute. Ein Sybo. Cute. Deckel mit Stern. Wow. So ein Rossitem noch bekommen. Blaue Sternschnuppe. Und. Oh, ein Vorplanet. Wie cool. Yo. Hohoho. Dann nehmen wir uns doch einfach mal. Wir nehmen uns mal das Raumschiff. Für die Resterfolge. Oh yeah. Und dann sehen wir uns gleich. Wieder. Das ist echt cool. Das will ich euch noch mal ganz kurz zeigen. Wenn man springt. Dann kommt aus Yoshi unten so. Ja so die Turbo Düsen raus. So das Feuer da unten. Ich weiß gerade echt nicht wie das heißt. Aber das finde ich echt cool. Und das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. So nun auf zu den Rückwärtslevelen. Genau das wollte ich sagen. Countdown zum Abflug rückwärts. Genau. Dreieinhalb Minuten haben wir dafür Zeit. Okay. Ich habe tatsächlich Angst, dass die in dieser Welt schwer sind. Weil jetzt sind wir ja schon relativ am Ende des Spiels. Das sind ja jetzt nur noch drei Welten. Also das ist einer der drei Welten. Die letzten drei Welten. Also so gesehen haben wir gleich ein Drittel. des Endes geschafft. Falls das irgendwie Sinn macht. Ah ich bin dumm. Lasst mich. Okay. Ähm. Ich werde jetzt mal. Wir müssen die Typen mitnehmen. So. Okay. Herzum brauche ich überhaupt nicht. Was mache ich hier eigentlich? Also ich brauche es euch. Ich höre ein. Ich höre ihn. Sag mir nicht, der ist hier oben. Das wäre gemein. Aber ich traue ihm das zu. Äh. Ne. Nein, das ist auch. Okay. Verdammt. Ich habe die Glocke abgeschossen. Habt ihr es gesehen? Habe ich ihn nicht bekommen? Wo soll der denn mein Freund? Bleib da. Äh. Kannst du bitte... Hallo? Jetzt haben wir ihn. Okay. Da habe ich leider etwas zu sehr... Zu viel Zeit glaube ich mit verschwindet. Aber... Passt schon. Oh oh. Oh. Okay. Okay. Interesting. Okay. Die sind unten. Das heißt, wir wollen hier nach unten. Ich höre ihn. Ich sehe ihn. Im Hintergrund. Hier. Geht der Ballong da. Nein. Hau doch nicht ab, mein Freund. Aua. Verdammt. Komm her. Yes. Ich habe keine Ahnung, wo der hingeflogen wäre, aber... Ist mir gerade etwas egal. Das ist egal. Wo wollen wir denn lang? Aber die Treppe runter? Ich hätte es mal schauen. Dann gehen wir hier runter. Lass mich durch mich. Ich muss meinen Hündchen suchen. Ja. Das ist sehr wichtig, dass ich mein kleines Hündchen hier finde. Wenn ich ihn nicht finde, bin ich traurig. Ich habe nur noch eine halbe minuten. Jetzt sind schon fast nur noch eine. Du, du, du. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich höre ihn nicht mehr. So eine Witte ist da. Wo ist der Külter? Äh. Hä? Hä? Verdammt! Äh. Das ist jetzt blöd. Wir haben noch Zeit. Noch welche nach ihm suchen. Vielleicht ist er hier oben. Wo ist er denn? Verdammt, er ist ja nicht. Da oben. Hier hoch. Wo ist er denn? Hä? Ich habe ihn verpasst? Hm? Ja, ich habe ihn schon verloren. Wo war er denn? Ich will einfach nur wissen, wo er war. Ich habe es eh schon verkackt. Hä? Ich weiß jetzt, wo der letzte ist. Traurig, dass ich ihn nicht gefunden habe beim ersten Mal suchen. Und verdammt. Äh. Ich hoffe, den kriege ich noch jetzt schnell. Verdammt. Na, Junge, Yoshi! Oh! Nee. Komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell. Verdammt, das ist der Wintergrund. Egal, wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt das ganze Level lang rüberfliegt. Oder nicht. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich zeige euch, wo der letzte ist. Guck mal, dass wir noch schnell neu. Hier runter, schnell, zack, zack. Ja, lass mich hier treffen. Ähm, hier nach rechts. Na. Und dann ist es einfach hier. So, das ist jetzt nicht verkacken. So. Oh Gott, das sind drei. Deshalb dauert das Level so lange. Ja, weg damit. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Ähm. Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Hä? Ähm. Wie bitte? Ja, und jetzt loslassen. Oder wie? Okay. So hat es auf jeden Fall geklappt. Dann bringen wir mal alle drei hier rüber. Hier kriege ich sie nämlich auf jeden Fall. Runter. Und dann Stabattacke. Und dann das letzte noch. Schnell. Schnell. Wir haben keine Zeit, Junge. Ja, okay. Lass mich durch. Okay. Wie ist der da überhaupt reingekommen? Das stelle ich mir. Jetzt frage. Oh nein. Oh, verdammt. Okay. Wir haben jetzt noch eine halbe Minute, glaube ich, Zeit, das Level zu schaffen. Und wir sind jetzt eh unten beim Ziel. Ah, das Level war nur etwas blöd. Ach, keine Ahnung. Ich mag das Level nicht so. Also zumindest rückwärts nicht so sehr. Es ist nicht schlimm, aber definitiv auch nicht wirklich spaßig. Oh, verdammt. Die Zeit rennt uns. Ich gerade weg. Äh. Ähm. Äh. Ich glaube, wir haben verloren. Oh mein Gott. Das war knapp. Poochie wäre in... Etwas mehr als zwei Sekunden abgehauen. Verdammt. Okay. Äh. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid. So, wir machen den anderen beiden Level auch noch rückwärts. Und dann hoffe ich mal, dass ich noch die Quests schaffe. Ansonsten machen wir sie in der nächsten Folge, damit ihr auf den Bescheid wisst. So. Ritt auf den Sternen rückwärts. 300 Minuten mal wieder. Ich hoffe, ihr findet es auch im First Try. Das wäre zumindest supi. Und, äh, ja. Jetzt reiten wir erst mal auf den Sternen. Oh, ja. Okay. Da, die spawnen die einfach. So, wenn wir weggeschreutert. Okay. Oh, habt ihr es gesehen? Das sah voll cool aus hier. Das Ding. Na, egal. Ähm. Oh, es wird wieder so ein Level. Oh Gott. Das wird... Ey, das... Sehe ich es jetzt schon. Oh, da oben wird einer sein, oder? Kannst du mir nicht erzählen, dass da oben keiner ist. Echt? Boah, das wäre ein megagutes Versteck gewesen. Hm. Ich nehme mal hier ein paar Eier mit. Wo ist denn der Erste? Hm. Wo könnte der Erste sein? Guck mal, der Alien. Cool. Kann ich den abschießen? Oh, den muss wahrscheinlich gerne abschießen. Merken wir uns den auf jeden Fall. Was bist du denn? Ich höre ihn. Da unten. Äh. Wie komme ich denn an ihn dran? Mit Eiern. Äh. Verdammt. Ich habe keine Eier. Ich komme nicht mehr weiter. Ah, hier. Okay, die Gude an ihn dran gedacht. hier Eier reinzutun. Okay, reicht, 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 reicht. Junge. Okay, sorry. Zack. Perfekt. Rein da. In den ersten haben wir. Check weiter nicht. So schwer. Doch an ihn ranzukommen. Das war schon eine andere Geschichte, du. So, kommen wir bitte noch auf das Ding drauf. Nein, komm schon. Komm schon. Okay. Hier sieht man es auch. Komm. Zack. Zwei fehlen noch. Ich versuche mich gerade zu entspannen. mit der Musik. Wird's mehr ehrlich. Wo ist denn der? Wo. Ist. Denn der. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben verpasst. Noch ein Alien. Cool. Aber kann ich bitte wissen, wo mein Hundi ist? Hey, bist du ehrlich, du hast nicht zufällig mein Hundi gesehen? Ne? Okay. Äh, ich glaube, wir haben verloren. Zeitrennen uns weg. Uns fehlen noch zwei Hunde, aber ich höre einen. Oh, ja, wir haben, wir haben den zweiten verpasst. Und das ist der dritte. Ja. Ja, da wäre das Ziel wahrscheinlich. Na, dann werde ich nochmal den zweiten suchen, wo ich keine verdammte Ahnung habe, wo der überhaupt sein soll. Und die Zeit ist echt knapp bemessen, finde ich. Das Level ist überhaupt selber mal drei Minuten lang. Wenn du einfach durchrushst, also. Ja. Ja, okay. Nicht unbedingt drei Minuten. Ja, fast, würde ich sagen. Nein. Hä? Doch, da unten. Lol. So. Hier, das Abschießen. Da kommt das. Und dann kommt das. Und dann sieht man ihn hier unten. So. Geht doch. Ja, aber ich schieße halt nicht alles ab, weil ich eh nur denke, dass da Herzen sind und so Müll und ich muss mich wieder umbringen gehen. Also ja, bei dem Level weiß ich auch nicht, also bei dieser Welt gefallen mir die Rückwärtslevel jetzt überhaupt nicht so. Das ist definitiv nicht zu meinen Favoriten gehört, das ist glaube ich, äh, allen klar. Und wenn nicht, dann jetzt. Ähm, ja, wo ist denn letztes nochmal? Da hab ich jetzt vergessen. Waren der... Ach so, der war hier ganz easy. Ja, okay. Komm her. Zack. Okay. Dann kommen wir da wieder raus. Dann können wir hier zum Ende hoffentlich, denn das Level, das ging schon lang genug. Wollen es jetzt beenden. Yes, komm, komm, komm. Yes. Yoshi. Gut, ein Rückwärtslevel noch und dann gibt es auch ein paar Quests, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Aber hey, sie hören zu 100% dazu und das am heißen jetzt. Autsch. So, sorry für den kleinen Cut, jetzt machen wir auf jeden Fall eine Tamtam auf der Raumstation rückwärts. Zweieinhalb Minuten haben wir dafür Zeit, wirkt auf mich sehr knapp. Ich hoffe, äh, ja, was hoffe ich eigentlich? Ich hoffe, mein Leben wird super. Ich hoffe, ich hab, äh, ja, egal. So, da sind wir auf jeden Fall schon beim nächsten Level. Ich muss so kurz leider cutten. Zweieinhalb Minuten haben wir dafür Zeit, wirkt auf mich sehr knapp. Äh, ja, hoffen wir mal, dann wird was. Sonst wäre, äh, echt blöde. Ich höre ihn schon. Was? Hä, da unten. Hä, was? Was? Wie komme ich denn an den dran? Hä? Verdammt, vor allem da habe ich irgendwas vor meinem Bildschirm und dann sehe ich ihn nicht so gut. Oh, warte, er kommt hoch. Schneller! Hä? Ich glaub, er kommt hoch. Nö, er rennt nur von Seite zu Seite. Seite zu Seite. Oh Gott, ja, verdammt, was ist denn das für ein Rotz hier? Komm schnell, mein Freund. Ach, was ist denn das? Nooo! Na, kann ich mich schon mal direkt umbringen? Ich höre ihn. so bitte bitte komm habe ich ihn aber kann hier unten stehen das wusste ich nicht ja schön dass wir hier in ls zeiten sind die kamera scrollt nicht mit und wenn die kamera nicht scrollt dann gibt es diesen ort ja auch nicht es hat echt wie es in er ist und so ja das ist eigentlich auch glaube ich da kommt mein argument nicht so gut rüber so auf der suche nach den zweiten nein ich sehe ihn ich schnapp ihn mir hoffentlich der wird weggetragen ja du bleibst schön hier gut letzter mega wenig zeit ich habe mit drei minuten gerechnet und nicht zweieinhalb hallo ich höre nichts jetzt muss er kommen oder ja okay das easy ja gut ja okay dann kann ich die zeit doch verstehen ja okay ich habe nichts gesagt dann kann ich die zeit doch noch verstehen weil das ende ist direkt hier ne okay dann kriegt man noch so zucker etwas mehr als eine halbe minute das geht doch noch klar oder was mit ihr gut dann werden wir noch in dieser folge die ganzen quests machen und dann sehen wir uns in der nächsten folge auf jeden fall beim bei der nächsten welt können da ganz kleinen sneak peek schon mal machen gucken wie die aussieht hier rauszumt also das hat ja aber alles geschafft ihr seht schon wir haben nur noch diese grüne was auch immer wenn diese graslandschaft dort und dann kommt die letzte welt und ja das ist eine letzte welt denn wir wissen immer ein feld das können wir hier noch zeigen ein feld ist immer der boss und deshalb ja freue mich auf das finale wenn es dann kommt so was brauchst denn mein freund ich brauche den selen hilf mir mal ich will ein kommandomodul damit geht es ins weltall oder zumindest zurück seit des modus okay höfers nicht hier bist auch im mond da okay okay direkt am anfang selber sollt sein besuchen ist ich zeig's euch okay hier oben ist kein wunder dass ich dir nach die ganze zeit suche okay dann haben wir das zumindest schon mal so ich vermute mal die raumschiffe vielleicht noch die aliens mir kann ich mir nicht vorstellen was er will aber er könnte ja immer tolle sachen die er mir andre will da komm was brauchst du ich will sechs alien freunde die freunde findet man auf der rückseite einer stadt einzigartig okay dann suchen wir sie auch nicht das war das hier das war das hier ja das sind die sechs alien freunde und ich zeige euch alle hier befindet sich einer so oder jetzt hier bei diesem checkpoint gibt das ihn dort drüben ein weiterer befindet sich hier von hier schau dann sieht man ihn da oben wie man ihn am besten erreicht wahrscheinlich von hier drinnen aus so jetzt oder letztendlich befindet sich hier oben und am anfang des levels noch vor dem ersten die wir gefunden haben okay das war auch nicht allzu schwer der letzte da habe ich jetzt gedacht das wird ätzend aber nein vielleicht nicht der einzige ort die ich noch vermutet habe da war da noch das war doch jetzt zumindest toll so 370 so zufrieden oder nein kann noch eine bitte ich will eine rote sonne die war noch auf der rückseite der raumstation und ganz schön groß okay okay eine rote sonne okay blutmund oh bist du damit gemein mein freund ja aber ich habe den falschen defekt bekommen ja anscheinend war das richtig okay ich bin einfach einfach runter gesprungen und dann war das einfach da ja okay das war tatsächlich ziemlich groß so eine weitere blume bitte dankeschön halt noch eine bitte ich will einen charakter stern während ich auf einer sternstelle beritt sah ich ihn ein echter charakter äh ok hier das ding ok ah hier oben ja nice ok das war auch ziemlich einfach ich wusste auch die ganze zeit worauf ich achten musste und ja war eigentlich sehr cool ok dann gibt mir die blume gibt es noch was wahrscheinlich ja ich benötige ein mondfahrzeug nicht ganz überraschend findet man ein mondfahrzeug am ehesten auf dem mond ja das stimmt das ist nicht so also bitte sagt mir rückseite ich will ja nicht hinrennen oh wo sehe ich das ende des levels ah ich glaube ich habe das mondfahrzeug gefunden hier oder verdammt na los nein es ist gut wenn man auch darauf achtet dann wird man auch wird man das auch finden naja war es nicht schwer ja hast du noch was wird vielleicht die aliens dort sammeln in dem level oder was willst du willst du noch irgendwas ja ich will fünf steigern fletzer ja okay dachte ich mir schon die habe ich auf der raumstation gesehen ich bräuchte für bitte fünf davon okay ich zeig euch wo die sind die kennt sie alle die sind sehr cool das erste befindet sich ganz am anfang des levels direkt hier am anfang gibt es dort hinten einfach hier den steiger fressen und dann schafft das ja der zweite befindet sich hier ein weiteres findet man hier eins fliegt hier aber ich glaube ich glaube ich jetzt leider verpasst oder außer ich habe glück und es kommt noch mal ich wusste halt nicht dass es hier an dieser stelle war also ich wusste es eigentlich schon aber ich hätte es mal ich habe es einfach vergessen oder so eigentlich hätte ich mich darauf vorbereiten müssen und verdammt was passiert hier ja kriege ich es noch oder ist jetzt für immer weg ja super eine chance hier ist ja dann lustig jetzt nochmal am ende des spiels nochmal die regeln zu ändern also echt das ist lächerlich das ist echt lächerlich aber auf jeden fall ist das letzte hier oben und ich würde es einfach nochmal neu machen müssen okay das müsste hier vorne gewesen sein oder es müsste hier sein jetzt hier oben ne okay aufpassen äh das wollte ich nicht es war doch hier oben nicht doch da okay und ja es ist tatsächlich so okay aber wir haben es okay okay so gibt es noch irgendwas was du haben willst sollen wir auf die 375 kommen und dann bist du ehrlich zufrieden ja vielleicht noch mehr ich will ein stylisches ufo ich habe es von einer sternstupe aus gesehen das war aber nicht leicht äh okay also hier vorderseite das prachtstück hier also irgendwo ist ein pinkes mit einer schleife also ein mädchen liegen hihi hohoho habe ich jetzt einfach gesagt ich muss zugeben den ihr musste ich nachgucken aber can you blame me man soll hier einfach darauf kommen dass man hier hoch springt und dann ist da oben einfach der pinke vor allem steht in der beschreibung als er auf den äh auf äh sternstuppen rumgeritten ist hat er den gesehen ja dann habe ich alles abgeschossen ich habe alles untersucht und das war es nicht und dann habe ich einfach nachgeguckt übrigens einen block vorher das nämlich der zweite der so in den geraden steht so ein joshy block da gibt es einen darüber einen äh geheimflatter der einen zum äh so eine kleine abkürzung gibt nicht groß aber immerhin so was ist ein saturn oder den saturn den planeten saturn so ist eine der raumstation habe ich den saturn gesehen ziemlich klein und was ich herausgefunden habe ja man kann tatsächlich nachgucken wie viele ähm das war glaube ich der falsche ort man kann tatsächlich nachgucken wie viele quests jede welt hat ich wusste das nicht aber das soll wohl gehen ich muss nur grad gucken wie hier anscheinend ja nicht äh level ah hier genau und dann kann man hier durch scrollen und dann sieht man hier alles ihr seht ich habe ja überall hundert prozent so und ich sehe grad hier pappkarton kuppe war ultra schlimm ja und rumpeldschungel auch aber hier fehlen nur noch das hier und dann der saturn und ich glaube der saturn ich habe es nicht zugehört wo es in der saturn natürlich im letzten level mhm mhm ja okay dann werde ich ihn suchen gehen und hoffentlich auch direkt finden hier auf der rückseite ganz am ende gibt es ihn hier ziemlich einfach zu sehen und ja damit haben wir ihn auch so und was ist die letzte aufgabe mein freund ich habe echt nie wirklich lust auf diese aufgaben ist einfach nicht cool mag es einfach nicht wirklich aber naja wir sind ja eh bald am ende des spiels deshalb komm morgens normal ich möchte 6 und identifiziertes objekt also ufos 6 ufos das müsste ein uo sein weil es ist ja ein unbekanntes objekt und nicht ein unbekanntes flugobjekt solche habe ich auf der oberfläche des boden sind und noch woanders gesehen ja ich weiß genau wo die sind ich zeige sie euch jetzt sofort der also fühlt sich ganz am anfang des levels hier hinten ein weiteres kann man hier antreffen ein weiteres gibt es hier verdammt verdammt ja ein weiteres gibt es außerdem auf dem mond hier oben ganz am ende service gibt es hier noch eins und den vorletzten oder einer der und bevor man in zum mond reist kann man hier noch einen finden den ich leider vergessen habe ich habe ihn ja ja doch eigentlich schon vergessen ich weiß nicht was man da mit mir los war anscheinend habe ich nicht aufgepasst auf jeden fall haben wir jetzt alles und wir werden in der nächsten folge mit der vorletzten welt anfangen ich hoffe ihr seid geheilt ich bin es auf jeden fall und wenn euch die folge gefallen hat dann lasst doch gerne mit positiven bewertungen da und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn es heißt ja schießt kräfte 2 bis dann vor allem im Moment aus dem Orbit gefunden bis jetzt geändert mal wieder bis dann 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 Vielen Dank.